Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Stranded 2 mit Katze und Balooie. Brrmau. Ich bin Balooie. Brrmau. Mau? Brrmau. Weißt du das, was Katze immer macht? Brrmau. Brrmau. Wo es brennt? Brrmau. 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 Mein, ich hab gerade Feuer gefahren. Das M.E. ist hier, alle Kisten sind leer. Oh nein. Hast du so viele Festplatten bauen können? Dö. Aber? Geht einfach nicht. Wieso ist dann alles leer hier? Ich sortiere gerade einfach nur die Kisten ein. Das Zeug war einfach nur ineffizient verteilt. Das verstehe ich. Dann mache ich die komplette letzte Folge. Mache ich das schon. Ja, wohin sortierst du denn alles? Ja, in die anderen Kisten rein. Zum Beispiel hier passen jetzt wieder ein paar Redstone-Lampen rein. Wenn ich dann keinen Platz mehr habe, gehe ich zum Monsterfalle und gehe da noch Sachen einordnen in die Drawer, die wir oben in den Kisten drin haben. Nein, fies. Das ist das, was ich die ganze Zeit tue. Nein, nein, nein. Lauter Creeper. Oh, oh, oh. Die sieht man immer so schlecht, die Assis. Na, na, na. Nicht so böse Wörter. Neri, keine bösen Wörter. Hast du gehört? Glaublich fühlt sich da verletzt, wenn du andere Assi nennst als ihn. Na, was? Die armen Creeper können da auch nichts für mich. Die tun so, als wären sie Bäume und dann fangen sie plötzlich an, sich zu bewegen. Oh, also sind das Ents. Ja, stimmt. End. Katz, wusstest du schon, dass es hier eine Bienen-Moddorf gibt? Ja, Forestry. Als du mal Langeweile kriegen solltest. Darfst du dich gerne... Meinst du, wenn ich gerade nicht damit beschäftigt bin, deine Sachen umzusortieren, weil du deine Kisten auch noch nicht im Griff hast? Richtig. Genau. Gut erkannt. Sollte ich eigentlich die Aufnahme starten? Wenn du die nicht angefangen hast, dann muss ich dich leider schlagen. Weil das jetzt schon das wievielte Mal in den letzten Monaten ist? Das wäre das zweite Mal. Das dritte Mal. Einmal hast du eine Folge komplett nicht aufgenommen und einmal hast du die Folge erst später abgenommen. Stimmt. Und dann jetzt Pokémon-Wunderkampf hat er einmal vergessen aufzunehmen. Kompletten Wunderkampf? Ne, wir hatten angefangen und die ersten paar Pokémon getauscht und er hat es nicht aufgenommen. Kennt ihr schon Wunderkampf? Guckt euch Wunderkampf an. Wunderkampf ist wirklich cool. SP. Cool, da kann man Miri mit verwirren, wenn man hingeht und meint, hey, da ist Soundfehler. Was? Was hast du gemacht? SP. Ich habe die Folge Wunderkampf bei Miri geguckt gehabt und ihr hattet von eurem Mischpult her da die super Soundstörung drin wieder. Aber nur für zwei, drei Minuten und danach war wieder alles gut. Deswegen hat man das noch schnell nicht gesehen. Ich habe ja schon das neue Mischpult. Ich muss das erstmal... Leg die leg. Oh wow. Okay. Ah, ein Gas. Oh nein, es leckt er. Das hört nicht auf und hier ist ein Gas, der mich beschießt. Na geil. Herzlichen Glückwunnen. Viel Spaß damit. Lass mich. Nein, nein. Nie schießen. Nein, nein. Das Schöne an diesen Flowerpots ist halt, dass sie komplett unabhängig vom Strom sind. Chill. Das ist wirklich nice. Chill. Aber ich habe vergessen, dass ich nochmal 10 Kisten brauche, die ich darunter stellen muss. Ich habe gesagt, chill. Ich habe gesagt, chill. Mich beschießen ist nicht chillen. Ich hole mir die einfach. Ja, Bloddy. Warte, ich habe sie im Inventar. Ich finde das scheiße von dir. Okay. Ganz kurz, wenn Miri aufhören würde, dem Speed verleihenden Enderman hier. Danke. Weißt du, wie schwierig ist es, einen Enderman zu schlagen in dem Moment? Wenn es leckt? Nee, wenn du daneben stehst und ich dich nicht töten darf. Er steht daneben und guckt so, wie ich verprügelt bin. Ich habe mit drauf geprügelt, weil ich dir helfen wollte. Entschuldige. Alles nie wieder. Hier hast du Kisten. Dankeschön. Bis 10, 10 ist auch nicht deine Stärke. Ich hatte 11 im Inventar. Ich habe dir alle gedroppt. Hör auf zu heulen, nimm Sagen. Wollen wir die Pötte höher stellen, dass ich dann die Verkabelung einfach nach unten oder wollen wir die Verkabelung unternehmen? der Erde herführen. Was gerade passiert? Er ist verschwunden, der Gast. Er ist verschwunden. Gäste können durch Wände fliegen und sowas, gell, Miri? Er ist einfach verschwunden. Er ist rückwärts gegangen. Rückwärts gegangen. Oh, jetzt werde ich wieder beschossen. Ist er jetzt wieder da, oder? Miri schießen. Nein, nein. Fies. Miri beschießen. Nein, nein? Ja. Ihr seid alle nervig. Geh doch bitte. Ja. Was? Willst du, dass ich gehe? Ja. Das verstehe ich nicht. Ich schon. Hatte approvedes Message. Tja, kommt hier dieses Scheiß Ding auch weg. Haben wir doch elf, dann machen wir so. Und dann tun wir da jetzt die Dark Oaks Ding rein. Ah, das geht. Zack, zack. Zack, zack, zack. Einer fehlt noch. Broing, broing. War ein Dark Oaks, der Bling noch? Ja. Leide, 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 leide. Wenn Blaudy die Folgen später sieht, wird er richtig sauer. Warum? Du schmeißt wahrscheinlich ganz viel weg, oder? Nein, möchte ich seit drei Folgen nach Strich und Fran verarsche. Du blickst es nicht. Oh nein. Du hast das scheiß Crafting Table schon, oder? Ich wusste das. Ich hab das schon die ganze Zeit hier unten immer liegen gehabt. Was, das liegt auf dem Boden? Ich hab's immer so gebaut, dass du denkst, dass es nicht das ist. Das hätte ich auch nie erkannt als dieses jenes. Du Arsch. Ich mach das jetzt seit drei Folgen. Verfreut der mich? Du bist so ein Pisser. Ohne Witz, Mann. Ich fand das super gut, ey. Ich hasse dich dafür. Ich hab mich schon gefragt, wie will er denn da irgendwas zusammenfassen? Warum bist du so ein Arsch? Es hat wunderbar funktioniert. Warum hast du mich so? Ich hasse dich nicht. Es war doch nur lustig. Du hast mich. Ganz doll. Miri, das war doch lustig, oder? Nein, nein. Es war lustig. Hörst du auf, rückwärts von mir wegzulaufen? Blöder Gast. Okay, Entschuldigung. Fies. Ich denke, Katze ist ein Arsch. Ich finde, du bist doof, dass du das nicht gemerkt hast. Ich finde, du bist eine blöde Kuh, weil du doof bist. Fies. So. Richtig so. Selber doof. Halt's Maul. Ich finde, du hast mich nicht verdient. Okay. Uh. Na dann. Du mich auch nicht, Katze. Uh. Ich hab dich nicht verdient? Nee, du hast mich nicht verdient. Das sind wir aber endlich mal einer Meinung, ey. Das hab ich nicht verdient, ey. Das verstehe ich jetzt nicht. Erklär mal, wie meinst du denn das jetzt? Ich sage nur so viel, das wünsche ich meinem schlimmsten Feinden. Was, mich? Nee. Ich drehe am Rad, dreht, dreht, dreht. Wir kriegen ein Mäh, wir haben ein Mäh und Katze deinen Arsch. Oh mein, nein, nein. Haben wir gedacht, dass das Mäh schon fertig war. Oh, sterben ist gut. Warum, warum, warum bist du so eine mobbende Katze? Warum? Ich? Gar nicht. Doch, schon irgendwie. Bin im Mobben. Ich glaube, es ist eine mobbende Katze. Eine ganz große, böse mobbende Katze. Fies. Du hast mich groß genannt. Cool. Breit. Entschuldigung, es ist eine sehr breite mobbende Katze. Gemein. Ich war groß. Nein, breit. Hab sie alles überlegt. Gemein. Warum machst du denn das da unten hin? Ja, damit du getrollt bist. Ich hab da kein Problem mit, ob das am Boden liegt oder nicht. Aber du siehst es halt nicht, wenn es am Boden liegt. Ja, das macht mich wahnsinnig. Ah, Katze hat mich rangekriegt. GG, ehrlich. Peace. Ja, bei der ersten Folge hab ich den ersten Drive fertig gebaut und hab seitdem angefangen, die Sachen zu befüllen. Mhm, danke schön dafür. Oh, das wird nichts. Warum bist du nur so? Warum bist du so sehr Katze? Fies. Ist echt wie eine Katze. Hauptsache mobben. Ja, die Rolle hab ich verinnerlicht mittlerweile. Ja. 2000 Prozent. Oh, mein Mensch möchte heute länger schlafen. Juhu, Bauchblatt, ja. Das darfst du aber nicht bei mir machen. Nein. Katze, wir brauchen dann doch tot. Wenn du machen, dann zählt das gefährliche Körperverletzung. Ach, die paar Gramm. Du bist ein Lappenblauli. Warum? Weil wir Veinminer haben. Du kannst Kisten mit Veinminer abbauen. Hier will ich aber vielleicht gar nicht. Doch, willst du. Du hast es nur wieder vergessen, dass wir Veinminer haben. Hä, ich wollte doch nur zwei, drei Kisten haben. Was ist denn jetzt dein Problem? Du hättest einfach alle abochen können. Die waren alle leer. Ja, aber wollte ich doch nicht. Du lügst. Ja, dann lüge ich halt. Bisschen Lüger. Und du, eine Nervensäge. Ich fürchte, ich habe nicht genug Essen dabei. Haben wir eigentlich schon sowas wie ein Redstone-Furnance? Nee, ne? Noch gar nicht. Doch. Wir haben den Dreifach-Furnance oben. Der von dem Nachfolger von Industrial. Äh, Reserveful-Furnance. Genau. Da kannst du die in drei verschiedene Felder legen und dann werden die drei gleichzeitig gebrannt. Was war das? Das habe ich auch gehört. Das war hier wieder ein Spezial-Mob. Ja, denke ich auch. Das heißt, der ist wahrscheinlich gerade in der Mob-Farm und wird geröstet. Ja. Mit jedem einzelnen Blitz setzt es uns zurück. Sehr gut Mob-Farm. Hast du gut gemacht. Das ist deine Mob-Farm. Das ist deine Mob-Farm. Das hast du gebaut. Ich glaube auch. Du bist allein daran, dass sie nicht richtig funktioniert. Ah! Was funktioniert denn da nicht wirklich dran? Keine Ahnung. Wolltest du nur kritisieren? Es ist im Übrigen nicht in der Mob-Farm. Das ist bei dir oder was? Ja. Ich wurde gerade von einem Blitz erwischt. Ah, sehr gut. Viel Spaß damit. Da sind Enderman auf Mirisfeld. Am besten läufst du. Nimmt er sich eine Melone mit, dann fände ich das süß. Dann ist er hilfreicher als Baloui, wenn er eine Melone hat. Ah! Wen habe ich gerade nachgemacht? Ja, sorry, aber wenn der Kollege Stegow, wenn sie recht hat, hat sie halt recht. Das war ja das Problem. Dark Oakwood gibt, glaube ich, als Loot keine Früchte raus. Das ist okay. Ja. Nur Blätter. Das ist halt schade dann. Ja, aber du wolltest Dark Oak. Findest du das wirklich wichtig, dass wir Erde produzieren? Jetzt mal ohne Witz. Ach so, stimmt. Du kannst ja nur die Leaves zu Wasser machen. Ich habe einen völligen Denkfehler drin, Baloui. Erde können wir einfach über die Earthseeds machen dann später. Ja, zum Beispiel. Vier Erde und dann haben wir die Essenzen, dann passt das. Wenn ich die Drawer nicht mit einem Drawer-Controller versehen möchte, kann ich doch auch einfach nur vier Drawer hinstellen und da jeweils ein Kabel dran legen, ne? Ja, ja, genau. Das geht. Hast du den Drawer-Key noch zufällig? Der ist bestimmt irgendwo. Habe ich den bei mir drin, gerade in meinen Rucksäcken? Ne, ist er nicht. In meinen Rucksäcken ist er nicht. Alles gut, hab ihn. Ist nur vollprogrammieren, nicht, dass es nachher dann Probleme gibt. Ich muss langsam aber sicher mal meine Schuhe wieder reparieren. Deine Schuhe? Deine Dreifach-Jump-Boots. Ja, ja, genau. Meine Diamond-Boots zum Dreifach-Jumpen. Voll gecheatet. Voll fies ist das. Dass er dreimal springen kann? Ja. Finde ich aber auch. Super hilfreich, wenn man wirklich schneller mal unterwegs sein möchte. Da hilft ja ein Jetpack, ein Scheißdreck. Die Dinger, die busten mich selbst mit Jetpack noch in der Luft. Das ist natürlich echt cool. Da sind wir auch alle ein bisschen neidisch drauf. Lüge. Doch, also ich finde die schon cool. Also, so ist nicht. Denn ein Enchantment kannst du ja auch mal ein paar Sachen enchanten später. Ich meine, ich hatte sie jetzt gedroppt, aber du kannst bestimmt auch so ein Enchantment bekommen. Kann ich mir auch vorstellen, ja. Ich habe die Hälfte des Weges geschafft. Glückwunsch! Oh, da ist schon wieder das Blitzvieh. Dann lauf um dein Leben, würde ich sagen. Lass mich in Ruhe. Schon wieder eine von den blöden roten Ranken. Roten Ranken, was machen die? Das sind die, wo du dann nicht mehr rauskommst, weil du quasi drin festklebst. Ja, das ist so eine Kombination aus Spiderweb und Wine. Hä, also lustig klingt es ja. Ey, du. Leute, Leute, mit die Beute. Ich sag euch, heute ist echt Leute. Weißt du das? Armo. Gesundheit. Okay. Ja, davon funktioniert schon mal nicht. Warum nicht? Warum nicht? Warum geht das nicht? Muss man mit dem Transferpipes aktivieren eigentlich? Geht doch, da ist Holz reingekommen. Dauert anscheinend. Oh shit, dauert das lang. Lecki-de-leck. Lecki-de-leck? Nur bei mir. Ja, geil. Ey, diese Transferpipen sind echt scheiße, ne? So mal. Echt? Die sind sowas von langsam. Das kann sehr gut sein, ja. Irgendwelche schönen Steine, die ich nehmen könnte. Muss ich gerade mal gucken, was hab ich denn gerade alles reingelegt? Den hab ich vorhin reingelegt, den sollte ich vielleicht auch wieder zu mir nehmen. Boah, mir den jemand klaut. Aber ich würde sagen, wir beenden hier die heutige Folge, ne? Ich bin wieder Zeit. Glaube auch, es geht langsam aber sicher in die Richtung. Na dann, hoffen wir euch hat's gefallen. Wenn ja, dann schaltet gerne auch bei Balui und oder Katze vorbei und kommt morgen wieder zur nächsten Folge. Bis dahin macht es gut und Bleibt für folglich. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020